Kennst du das? Wenn du genau weißt, ihr gehört zusammen? Das Glück aufzuwachen und nicht allein zu sein? Kennst du das? Wenn es gerade am schönsten ist und die Zeit ist um. Viele Blutkrebspatienten kennen das auch. Beende diesen Albtraum. Werde Stammzellspender. Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. Registrier dich jetzt online.